Hey Leute, alles klar bei euch? Wir haben, wie ihr wisst, jetzt mittlerweile die Möglichkeit, auch hier im Außenbereich wieder das Training etwas in Gang zu bringen. Für alle, die allerdings jetzt im Moment nicht die Möglichkeit haben, vorbeizukommen, haben wir noch ein paar Übungen parat gemacht, dass ihr auch daheim noch etwas machen könnt. Wir machen ein kleines Workout, fünf Runden. Die Übungen, die wir machen werden, sind für Bauchmuskulatur, Beine und die Oberkörperpartie. Wir machen hier als allererstes die Kniebeuge. Das heißt, ihr holt euch einen schulterweiten Stand, guckt, dass ihr als erstes die Hüfte nach hinten schiebt und geht ganz gemütlich runter. Das heißt, zehn Stück sollten reichen, 50 Wiederholungen im Gesamten. Zweite Übung, die wir machen, ist die Push-Up. Dafür geht ihr runter auf den Boden. Das heißt, wer kann, normale Liegestütze, Schulter über die Handfläche, können auch Fäusten machen, hinten Füße, schulterweite Position, runtergehen zur Liegestütze. Auch hier zehn Wiederholungen. Diejenigen, die nicht so fit sind, können etwas auf die Knie gehen, etwas leichter ansetzen und dann auch hier zehn Wiederholungen. Nächste Übung am Boden ist für die Oberschenkelrückseite. Ihr bringt ein Bein in die Luft, das andere Standbein fest auf den Boden, Hände auf den Boden und jetzt drücken wir hier den Hintern hoch. Gehen wieder auf den Boden, setzen ganz ab und langsam und kontrolliert hoch und runter. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Schwung hier nehmt, sondern wirklich kontrolliert aus dem Bein hochdrückt. Zehn Wiederholungen pro Seite. Als nächstes noch eine Übung für den Bauch. Dann machen wir einen ganz klassischen Sit-Up. Das heißt, Füße, Schulter weit aufsetzen, hinten ablehnen. Ihr dürft den Arm als Schwunggeber mitnehmen und einer Bewegung oben hoch. Auch hier zehn Wiederholungen und das Ganze wie gesagt auf fünf Runden, dass ihr 50 Wiederholungen von einem gemacht habt. Ein kleines, kurzes, knackiges Workout. Wenn ihr dennoch Interesse habt, nächste Zeit vorbeizukommen, ihr seht, ihr seid fleißig draußen dabei. Guckt mal online, wir haben die Termine reingestellt und dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir freuen uns auf euch.